Verdammt ey, ich hab echt lange nicht mehr blöde Jumping-Puzzles gemacht. Wärst du so nett und würdest den Hebel nochmal umlegen? Na? Hi. Ahahaha. Ich bin viel weiter als du. Diese, diese Glass-Paint-Scheiße ist beschissen. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, alle. Du cheatest doch, ich seh das. Ich seh das von hier. Von hier unten. Ähm. Ahahaha. Weißt du eigentlich, wie ich Jumping-Puzzles hasse? Weißt du, wie sehr ich die hasse? Ungefähr so sehr wie dich. Ich find die gut. Ja, du bist ja auch ein Spast. Spast. Warum ist das Licht aus, was jetzt passiert? Keine Ahnung. Hast du's nach oben geschafft, oder was? Ja. Oh, nööööö. Das ist unfair. Aber ich weiß nicht, wie's weitergeht. Äh. Ich bin auch um. Yay. Wir müssen die Knöpfe wieder drücken. Warte. Oh nein, oh nein. Ich versteh's nicht. Ah, wenn ich hier drücke, kommt bei dir was, oder? Ah, fuck. Ja, wenn ich hier was drücke, dann kommt auch bei dir was, oder? Ja, dann passiert was. Ah, du kannst da gar nicht, ah. Ah. Was ist denn jetzt passiert bei dir? Nein. Ah. Warte mal. Ich bin grad. Äh. Ich bin grad, äh, beschäftigt. Ja, ich auch. Pff. Ja, nimm die Hand aus der Hose. Ah, scheiße. Pff. Anfänger. Pff. Da haben wir's aber wieder, weißt du? Ah, scheiße. Ah, das ist ja ganz unten. Es hat auch, glaub ich, an der Tür geklingelt. Was? Also das ist erstmal jetzt das Video hier, und dann machen wir dann direkt weiter, nachdem ich vor der Tür wieder da bin. Ja, ich mach kurz nen Schnitt. Und zwar genau hier. So, weiter geht's, Kinder. Ja, let's go weiter. Bis jemand mal hier oben ist. La, la, la. Also ich ne Händchen. Ja, ich ne Händchen. Ja, ich ne Händchen. Ja, ich ne Händchen. Ich hab ja auch n Händchen. Na, diese ungerechte Aufteilung bei uns, weißt du? Du kriegst immer alles, und ich muss mich mit dem Schwein rumschlagen. Hä? Du bist ein Schwein, hast du das vergessen? AAAAAAAH! Du hast vergessen, wie man auf zwei Beinen läuft. Oh Mann! Ich hasse diese scheiß Jumping Puzzle. Die sind scheiße in Minecraft. Das hat keinen Wert. Haben wir schon festgestellt. Bevor uns hier wieder ne Ader platzt oder so. Ja, es gibt, äh, muss ich sagen, es gibt, ähm, einen Mod, wo du den, den Sprintklopf nicht auf Doppel-W legst, sondern woanders hin. Doppel-W? Das ist ja wirklich das Ätzendste an der ganzen Welt. Ja, richtig. So, es gibt nen Knopf, dann hast du den auf dem Hotkey und dann kannst du da automatisch sprinten. Das ist doch scheiße hier. Ja. Fickt euch doch. Du bist auf der falschen Seite. Ja, Cheater! Cheater! So. Verbrennt die Cheater! Verbrennt die Cheater! Cheater! Ja, du hast gecheatet. Ich muss dich bestrafen. Was ist denn jetzt passiert? Du hast einfach ne Loch in die Welt gehauen. Ich werf mal ein Hähnchen nach unten und warte, bis es aufsteht. Ja, du zählst, bis da sehe ich den Platsch macht. 20! 22! Pfff. Äh, warte mal. Ihr solltet diesen Face... Achso... lolololololololol... Was soll denn das für... Was war das für ein blöder Witz? Wir wurden getrollt, jetzt gehe in deine Kamera. Ey, ich hab mich nicht getrollt gefühlt... Das hat... Ich hab schon mal Leute besser gemacht... 35... Are you a pussy? Are you?? HA? Nein, ich bin ein Schwein, keine Katze... Oh, I'm a pig, you pussy... Only places on peaceful. Denn this test will be very hard. No, I'm not going to fight monsters. No, 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 no... Just a... He? What? Hier sind die Monster! Ja! Du, der Camp-Typ muss... Ich muss hier rein, ja. Wenn du dich noch erinnern kannst. 3, 2, 1, Push! Oh. Oh Gott. Oh Gott. Hm. Sagt's auf deiner Seite irgendwas? Bei mir steht Green must be high and black should be low. Und ich sehe hier, äh... Ich sehe hier ein Creeper-Face. Du? Ich hab ne Wand mit... nur mit Schaltern. Okay, dann drück mal den Schalter. Drück den Knopf hier. Ich drücke. Und es passiert nichts. Also hier ist ein riesen Creeper-Face. Ja, vielleicht soll ich ein Creeper malen mit dem Ding. Darf ich nicht. Ach so! Ah, Green should be high and black should be low, weißt du? Also die schwarzen Dinger vom Creeper sind... Es ist ein normaler Creeper-Face. Ja, das ist trotzdem nicht ganz leicht, warte mal. Warte mal, was ist Green? Green ist, äh, hoch. Okay, nee, dann muss ich nur die schwarzen umlegen. Ja. Also du fängst 2 Blocks vom Rand an. Und zwar ein Block nach oben. 2 Blocks vom Rand und einen nach oben. Warte mal, ich stehe jetzt unten links. Unten links? In der Ecke. Okay, okay. Also 2 Blocks vom Rand weg. Also der dritte Block und ein Block nach oben. Ja. Das ist der erste Schalter. Ja. Und noch einen nach oben. Hast du die beiden? Das sind 3. Ja, das sind jetzt insgesamt 3, ja. Ja. Naja, okay. Gut, jetzt gehst du, wo stehst du? Äh, wieder einen in die Mitte. Ich sag einfach mal Mitte, weil wir stehen spiegelverkehrt. Einen in die Mitte. Also nach, ja, ja. Und dann da drunter die nächsten... Warte mal, äh... Einen da drüber und einen da drunter auch noch. So. Hast du? Äh... Sorry, ich bin grad... Ich hab grad Cola getrunken. Ja, ist das eklig, du Sau. Warte mal. Einen da drüber und einen da drunter? Ja. Einen über und unter dem, den du gerade umgelegt hast. Oh. Ich hab den nicht umgelegt. Aber ja, jetzt hab ich ihn umgelegt. Jetzt hab ich insgesamt 6 umgelegt. Also die müssen nach... Die müssen nach oben. Du weißt, was ich meine, ne? Ja, genau, jetzt hast du 6. Jetzt gehst du noch einen mehr in die Mitte. Und jetzt machst du... Den legst du dann auch um. Und dann wieder einen drüber und einen drunter. Ja. Du musst einfach ein Creeperface malen. So, dann gehst du noch einen weiter in die... In die selbe Richtung. Und dann nochmal die 3. Und ne, ne, ne. Und dann nach unten. Zwei. Nicht den drüber. Nur nach unten. Dann hast du den Creepermund. Kannst du den sehen? Ach so. Ach ja, okay, ja. Ja? Okay. Und jetzt gehst du zu den oberen 2 von dem Mund. Ja? Und davon diagonal jeweils links. Diagonal hoch links. Und vom anderen halt auf der anderen Seite rechts. Da sind dann die Augen. Das sind dann 4 immer. Also so ein Kästchen aus 4. Das musst du ja wohl hinkriegen. Ja? Wehe, da muss jetzt noch einer gemacht werden. Dann rass dich aus. Ist ja total langweilig. Oh, mir fällt grad auf. Wenn du Shift drückst auf der Leiter, dann hörst du aus abzusteigen. Ja. Richtig. Ähm. Äh. Es ist offensichtlich nicht richtig. Sonst wäre was passiert. Jens, äh. Hast du ein Creeper Gesicht vor dir oder nicht? Ich hab grad nicht im Kopf genau wie der Creeper genau aussieht. Er hat so... Er zieht die Fresse nach unten. Ich weiß doch nicht mehr. Hab doch Ewigkeiten den normalen Creepern nicht mehr gesehen. Äh. 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 Scheiße. Warte, ich komm jetzt einfach gucken. Ach, kann ich ja gar nicht. Ne. Ist nicht. Ah. Ah. Hi. Richtig. 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 Screenshot below, ja. Ah, hat der uns irgendwie übel getrollt oder was? Wer noch? Hier hast du einen vergessen. Dieser hier. Okay. Haha, du hast nur einen vergessen. Hm. Aber bei mir ist trotzdem nicht auf. Aber weißt du ey, jetzt hätten wir ewig, ewig uns absprechen können. Ja. Weißt du was ich meine ey? Ach. So, jetzt ich mal hier auf der Seite. Mh. Clash. Wollen wir hier erstmal Pause machen? Clash. Äh. Ja. Wir haben mehr als 10 Minuten. Und daher. Mh. Mh. Sau. Sau. Haha. 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 So, ich denke mal bis zum nächsten Mal, Kinder. Ja. Frohe Weihnachten. Und Oster und Chanukka. Frohe Weihnachten. Und Oster und Chanukka.